Tja, was das wohl bedeuten hat... So ungern ich den Traum auch unterbreche. Wie kommen wir hier raus? Wir müssen an der Außenseite absteigen. Ich glaube, da drüben kommen wir raus. Wow, was für eine Aussicht. Wir haben keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Vielleicht ist es das Letzte, was ich sehe. Dann kann ich es auch genießen. Wollt ihr vorgehen? Nach euch. Ich halte euch nicht für nichts. Doch, das tut ihr. Darin seid ihr euch mit der Konkubine einig. Das wäre dann aber auch das Einzige. Ich finde sie jedenfalls nicht attraktiv. Aha. Wirklich nicht. Ich finde die Konkubine wirklich nicht attraktiv. Und ihr glaubt, das interessiert mich, weil... Weil ihr mir offensichtlich nicht glaubt. Ich weiß nur nicht, warum ihr mich überzeugen wollt. Warum sollt ihr sie attraktiv finden? Ich weiß nicht. Sie besteht aus Schleim. Wahre Schönheit kommt von innen. Sie ist komplett verrückt. Ihr seid eifersüchtig. Natürlich. Okay, leugnet es. Aber wir beide kennen die Wahrheit. Habt ihr jemanden zurückgelassen? Bei euren Abenteuern? Nun, da war ein Mädchen. Ach, wunderschön. Au, und noch eins in... Äh... Jemand, der euch wichtig war? Mir sind alle wichtig. Ich bin sehr fürsorglich. Das wurde für die Liebe gebaut, hm? Nicht diese Art. Sondern die ewige. Menschen machen für beide Arten verrückte Dinge. Es gibt wohl eine Menge, das ihr mir nicht erzählt. Da habt ihr sicher recht. Ja. Elika, elika, elika. Oh, da unten. Haben wir auch noch Lichtkeime. Und für einen kurzen Augenblick... ...können wir mal die Aussicht hier von hier ganz oben genießen. Hammer. Okay. Sieht steinstark aus. So, gucken wir mal, wie wir ja... ...wie wir und wo wir hier runterkommen. Schade. Okay, dann war das das andere. Das da. So. Genau. Wollte ich's gar nicht wissen. So. Ja. Das haben wir doch ganz gut hinbekommen. Und... Hopp, ihr habt, Synchron. Hopp, ihr habt, Synchron. Da ist noch einer. So. Jetzt haben wir zwar die Lichtkeime bekommen... Hilfe! Aber... ...einen Abgang gemacht. Aber hier rum geht's doch gar nicht. Oh, doch. Geht das. Hm. Dit ist schwierig. Hm. Okay. Keine Ahnung. Wie immer hier wieder... Wo unruhigt ihr mich gerne? Irgendwie haben wir jetzt ziemlich in... ...ne Arschkarte. ...ne Arschkarte. So. Okay. Das sieht doch schon vielversprechend aus. Wow, wow, wow. Wir sind wieder unten. Okay. So. Den Weg müssen wir... Oh. Doch Wo geht es? Es geht da nach oben Königlicher Palast Da ist noch zu Aber warum? Das Tal Stadt des Lichtes Das Tor ist erst offen Wenn alle vier Also das nächste Ziel Ist ja das Und dann ist Diese hier dran Jawoll Okay Gehen erstmal hier entlang Brauchen die Lichtkeime Da haben wir noch einen So da hinten ist glaube ich nichts mehr Nein da fängt das nächste Dunkle Gebiet an Und das werde ich jetzt auch schaffen Ne schaffe ich nicht Also Muss ich doch Wohl eher da lang Ja das sieht schon Vielversprechend aus Bitte bitte Keine Ursache So wie sieht es Hier aus Keine Lichtkeime Auf den ersten Blick Dann geht es nur Strax Wieder nach oben Diesmal bleibt es besser Jawohl Wenn ich super Und abmarsch Jo Drücken wir mal Hier ist schon mal nichts Dann können wir weiter hoch So Wie sieht es hier aus Haben wir hier Lichtkeime Da hinten ist einer Bäm Milchkeime Ja Genau Bin ich beider Meinung Voll dabei Super Kletterinlagen Hier Kletter Nicht vergessen Das läuft doch super So Oh Hammer Super So Da unten ist schon mal nichts Kann ich gerade sagen Es ist ein Lichtkeime Aber Das sind die Druckplatten So So Das Blick geben wir uns Wieder nach oben So Weil das so schön war Gut Was ist los So Gucken wir mal Wie es hier mit Lichtkeime aussieht Das sieht gut aus Da man Lichtkeime Da man Lichtkeime So So Dann müssen wir mal gucken Wie wir den da bekommen Oh 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 Komm Ja haben wir bekommen Geil Lali Lalalala So Wir sind mal wieder hier Und gehen hier weiter Oh So Das waren dezent Zu weit Da haben wir zwar Druckplatten Aber die können wir nicht aktivieren Schade So 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 Wieder hoch Und jump Oh Das passt Und Jawohl Lalalala Lalalala Boah Ey Das ist ja frech Oh nö Oh Leute Das ist ja frech